So, ein wunderschönen guten Tag. Wenn alles glatt gelaufen ist, habe ich hier in dem Paket ein paar Stichsigulette und ein Buch, das ich zum Übersetzen brauche. So, talk to uns in New Yorkie and many more new ones. So, und es sind eins. Zwei, drei, vier, fünf von den Stichsägeblättern. Ich zeige die mal gerade. Ich brauche die für Holz. Es sind aber die Metallsägeblätter. Ich habe damit wesentlich bessere Erfahrungen gemacht als mit den Holzsägeblättern. Das Sägeblatt, was ich gerade benutze, ist auch ein Metallsägeblatt von Makita. Die dauert aber länger, dass die geliefert werden. Die sind auch teurer. Da kann ich wieder so aufgehen. Und das dauert wieder alles raus. Ja, das sieht gut aus. Kann ich mal was probieren. So, und das zweite ist... So, und das zweite ist... Fühlt zum Übersetzen. OXO ORTINIS DICHNERI. The words must trust the recognition area. Bitte sehr. Das war's schon, was du sie verdient. Tschüß. ... ... ... Vielen Dank.